Renata Lucin will eigentlich nicht das Gesicht ihrer Tochter Stella zeigen. Doch jetzt wurde die letzte Stanzerin von einem dreisten Paparazzi überrascht. Seit März ist Renata Lucin, 37, stolze Mama von Tochter Stella. Die Kleine zaubert ihr jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht, auch wenn der Babyalltag nicht immer leicht ist. Nach der Geburt konnte Stella nicht richtig trinken. Sie hat tatsächlich ein zu kurzes Zungenbändchen und deswegen kommen all diese Probleme, aber es nicht so offensichtlich. Es ist ein bisschen unter der Schleimhaut versteckt, erzählte die Neumama. Erst nach einem kleinen Eingriff ging es ihrer Tochter besser. Doch jetzt der nächste Schock. Renata Lucin ärgert sich über einen Paparazzi. Renata und ihre Ehemann Valentin, 37, haben sich dazu entschieden, Stellas Gesicht nicht auf Instagram und im TV zu zeigen. Doch das wird nicht von allen akzeptiert. Bei ihrem alltäglichen Spaziergang kam es zu einem unschönen Vorfall mit einem Fotografen. So krass. Man denkt an nichts und spaziert mit dem Kinderwagen seinen täglichen Weg und ich sehe nach rechts und sehe, dass uns eine große Kamera einfach dreist fotografiert, berichtet Renata aufgebracht in ihrer Instagram-Story. Sie stellte den Mann sofort zur Rede. Er sagte, alle wollen Stellas Gesicht. Ich war erst mal im Schockzustand. Trotz ihrer Wut habe die Tänzerin versucht, einfach freundlich zu kommunizieren und es nett zu erklären. Doch der Paparazzi fotografierte sie trotzdem und brauste anschließend mit seinem Auto davon. Renata rief sofort ihr Management an, dass sie etwas beruhigen konnten. Wenn die Paparazzi Fotos verkaufen, dann müssen sie das Gesicht wohl verpixeln. Sonst könne man die Verantwortlichen verklagen. Beunruhigend fand Renata die Situation trotzdem. Ich muss jetzt so krass aufpassen.